Du bist hier gerade mitten im Hackathon von Funke Digital. Unser Thema ist Lass die Maschinen sprechen. Also wir haben unsere Sponsoren und Partner und die helfen uns tatsächlich, diesen Event zu einem Erfolg zu machen. Das heißt also, die stehen nicht nur mit ihrem Namen hier, sondern die stehen auch mit Mentoren und Evangelisten zur Verfügung, um unsere Teilnehmer, also das sind in der Regel Hacker, Designer, Programmierer, Businessleute, Produktleute, um die eben bei ihren Ideen zu unterstützen, damit sie die Techniken, die eben unsere Sponsoren und Partner anbieten, auch richtig umsetzen können. Es ist mehr über eine Konversation, eine menschliche Konversation, als es über Kodung mit komplizierten Technologien ist. Denn am Ende des Tages ist Alexa da, um dir zu helfen. Und um eine Konsequenz zu bauen, bedeutet Alexa etwas Neues, das Menschen helfen kann. Sie haben einige ziemlich coolen Ideen. Es gibt Leute, die die News-Recommendationen mit den TV-Innen integrieren, es gibt Leute, die die emergency- und call-in-Services bieten, es gibt Leute, die die Real-Estate-Helperen bieten. Ich denke, sie bieten nur andere Bereiche, andere Bereiche von Verwendung. Und es ist ziemlich interessant, wie alle Alexa in einem etwas anders ausgerichtet sind. Die haben jetzt die letzten zwei Tage gearbeitet, wie blöd. Ich bin gestern um elf, saßen hier noch wahnsinnig viele Leute und haben überlegt und programmiert und Sachen umgeworfen. Alle haben extrem hart gearbeitet. Und von daher bin ich gespannt, was sie mit dem Thema sozusagen gemacht haben und in welche Richtung die meisten Teams gearbeitet haben. Die Teilnehmer, die hier mit dabei sind, Programmierer von überall her, Designer von überall her können Ideen mit einbringen und sich Mitstreiter suchen. Und dann bilden sich Teams und dann wird gehackt. Uns hat das sehr gefallen, das Format. Wir finden, es passt auch sehr gut zu uns. Und ich denke, dass es davon eine Fortsetzung geben wird. Mitmachen darf jeder, der Bock hat.